Eines kühlen Abends, als das Licht des Mondes verblasste, machten Moonglade Rose und ihr Mann eine Entdeckung, die ihr Leben verändern sollte. An einer Tankstelle, acht Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, fanden sie eine winzige, schwache Gestalt in einer Pfütze voller Benzin, ein sechs Wochen altes Kätzchen, das dem Tod nahe war. Sein Leben hing an einem seidenen Faden, und Rose wusste, dass sie schnell handeln mussten. Sie nannten ihn Andy, ein Name, der irgendwie zu diesem kleinen Kämpfer passte, der ums Überleben kämpfte. Die Heimfahrt war erst der Anfang. Rose begann sofort mit der Rund-um-die-Uhr-Pflege, um das schwer geschwächte Kätzchen zu retten. Die ersten zwei Tage waren qualvoll, nicht nur wegen Andys schlechter Gesundheit, sondern auch, weil er sich weigerte, allein zu sein. Seine kleine Stimme hallte durch das Haus, ständig miaute er nach Aufmerksamkeit. Es wurde klar, dass Andy unter einer intensiven Trennungsangst litt, eine emotionale Narbe von dem Trauma, das er erlitten hatte. Trotz der Erschöpfung wich Rose nicht von seiner Seite. Während sie ihn in den Armen hielt, entwickelte Andy eine Angewohnheit, die ihr Herz zum Schmelzen brachte. Er klammerte sich jede Nacht an ihren Arm, wenn er schlief, und fand Trost in ihrer Wärme wie ein Kind bei seiner Mutter. In diesen langen, schlaflosen Nächten begann ihre Bindung zu wachsen. Rose spürte, wie sich etwas veränderte, wie das Leben langsam, aber sicher in Andy zurückkehrte, Tag für Tag ein wenig mehr. Mit der Zeit begann sein einst stumpfes, beschädigtes Fell wieder zu glänzen, ein sichtbares Zeichen seiner Genesung. Doch es war nicht nur seine Gesundheit, die sich besserte. Andy hatte eine tiefe Verbindung zu Rose aufgebaut, folgte ihr überall hin, Tag und Nacht, immer auf der Suche nach ihrem tröstenden Beisein. Sein traumatisches Erlebnis zeigte sich in seinem ständigen Bedürfnis nach körperlichem Kontakt, ein Überlebensmechanismus, um sich sicher genug zum Schlafen zu fühlen. Aber nicht nur Andy veränderte sich. Roses Leben begann sich um ihn zu drehen, und sie passte ihren Alltag an, um ihm die Liebe und die Sicherheit zu geben, die er so dringend brauchte. Auch nachdem Andy sich in ihrem Zuhause eingelebt hatte und eine besondere Beziehung zu ihrem Mobs aufgebaut hatte, blieb seine Anhänglichkeit an Rose ungebrochen. Mit der Zeit erkannte Rose, dass sie sich genauso sehr auf ihn verließ, wie er auf sie. Sie stellte fest, dass sie ohne das sanfte Gewicht von Andy, der sich neben sie kuschelte und sanft in die Nacht schnurrte, nicht mehr schlafen konnte. Als Andy größer und kräftiger wurde, vertiefte sich seine Zuneigung nur noch mehr. Selbst an seinem ersten Geburtstag, lange nachdem er ständige Pflege gebraucht hatte, blieb er derselbe liebevolle und dankbare Begleiter für die Familie, die ihm das Leben gerettet hatte. Ihre Verbindung war eine perfekte Balance von Geben und Nehmen, ein Beweis dafür, dass Liebe selbst die tiefsten Narben heilen kann. Wenn dich Andys Geschichte berührt hat und du mehr solcher Geschichten sehen möchtest, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung in den Kommentaren zu teilen. Jede Interaktion hilft, die Botschaft über die Wichtigkeit der Tierrettung zu verbreiten. Und wer weiß, vielleicht inspirierst du jemanden, auch ein Leben zu retten.